Ich habe den ganzen Schloss reingemacht. Berlin hat für mich eine ganz gute Erinnerung. 2019 war mein erstes Mal, dass ich gestartet habe. Gleichzeitig war es für die Olympia, für die Qualifikation. Meine Einbürgerung war auch gleichzeitig und das ganz gut erinnern. Ich wollte es wieder hier gestartet. Ich möchte mich sehr, wieder eine gute Erinnerung zu haben. Danke. Vor fünf Monaten habe ich für die Olympia vorbereitet. In Äthiopien, in Santa Moris. Ich habe sehr, sehr hart gearbeitet. Bei Olympia war es nicht. Wegen Machen, Probleme. Ich freue mich sehr. Ich habe sehr hart gearbeitet. Aber ich habe gedacht, dass ich in die Medien kommen konnte. Das habe ich auch nur gehabt. Aber manchmal kommt es zwischen den Laufen. Man kann man gar nicht machen. Und dann habe ich wieder nach Deutschland gekommen. Ich habe gedacht, Berlin war auch ein bisschen zu Fuß zu laufen. Vorher, wenn ich die Rollung der Mann habe, wird es langsamer. Irgendwie war es ein bisschen Überlegung, Berlin zu laufen. Und dann ist es nicht geklappt. Und dann habe ich fünf Monate lang trainiert. Und ich wollte auch das auch benutzen. Und auch in Berlin, wie gesagt, habe ich gutes Erinnern. Ich freue mich, dass es wieder hier ist. Ich freue mich, dass ich das wieder in Berlin verlaufen habe. Ich bin zu meiner Seite! Ich bin zu meiner Seite! Auf jeden Fall, auf jeden Fall! Ich bin zu meiner Seite! Ich bin über hier!